Liebe Zuschauer, wir erfüllen Ihnen gerne Wünsche und das nicht nur, indem wir Ihnen Preise möglich machen, also unseren TV-Sonderpreis, der dann genau zwei Stunden gilt, wo Sie der absolute Gewinner sind, sondern wir reagieren natürlich auch auf das, was Sie uns schreiben. Und uns erreichen immer mehr Mails, Sie können uns natürlich schreiben an redaktion.pearl.tv oder Sie können uns natürlich auch anrufen und im Callcenter Ihre Wünsche hinterlassen, die werden uns natürlich auch ausgerichtet und immer öfter erreichen uns eben die Wünsche, uns nochmal mit dem Thema Düften, also Parfums auseinanderzusetzen und Ihnen nochmal die Möglichkeit zu geben, eben zum TV-Sonderpreis zuzugreifen. Und deswegen machen wir jetzt genau das und beginnen eigentlich mit einem der wohl elegantesten, schönsten und meiner Meinung nach damenhaftesten und zwar wirklich Dame von Welt Düften, die wir haben. Die Rede ist von Sarah Lynn Gold. Das ist blumig, aber trotzdem feminin. Das ist ein Duft, der macht einen guten Eindruck und vor allem, Kathi, macht einen guten Eindruck zu einem Preis von 5,25 Euro in zwei Flakons. Einer für die Handtasche, einer fürs Badezimmer und das muss uns erstmal einer nachmachen. Ja, wir haben hier wirklich zwei Flakons zu je 50 Millilitern. Das heißt, Sie bekommen natürlich zu diesem Preis unglaublich 5,25 Euro. Das ist natürlich wieder unser Jubiläumspreis hier für Sie. Bekommen Sie zwei von diesen tollen Flakons a je 50 Milliliter Eau de Parfum. Also wirklich ein toller, toller Preis hier für diesen unglaublich schönen, femininen Duft. Also es ist wirklich, wie du schon gesagt hast, die Dame von Welt, die sowas trägt. Also es ist wirklich, ich sehe da eine ganz elegante, klassische Frau. Wirklich ein toller, toller Duft. Und bringen wir es auf den Punkt. Das ist Elizabeth Taylor. Ja. Und das ist eben genau das, was Eleganz, was Luxus und was Lebensqualität aufmacht. Ein femininer Damenduft, der aber nicht zu schwer sein darf. Der sie leicht umschmeichelt, der sie kleidet wie ein wirklich schönes Stück, wie zum Beispiel ein Seidenschal. Einfach der sie mitnimmt, der ihnen immer wieder ein gutes Gefühl gibt. Und das ist eben dieser femininen Damenduft für 5,25 Euro. Zwei Flakons. Das ist blumig, das ist trotzdem süß, aber nicht zu süß. Und Eau de Parfum, klar, wissen wir, ein Spritzer genügt. Und er begleitet dich den ganzen Tag. Ja, es ist wirklich, es wirkt nicht schwer. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Und wie du sagst, ein Spritzer, irgendwie vielleicht auf den Hals, auch mal über die Haare. Das mache ich ja auch gerne, dass ich wirklich einfach mal durchlaufe. Dann hat man wirklich diesen ganzen Tag dieses tolle, diese tolle Frische. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist ein unglaublich schöner Duft. Und wir haben ihn wirklich heute zu 5,25 Euro. Ein toller Jubiläumspreis. Und der erste Geruch, den Sie wahrnehmen, wird die Kopfenmutter sein. Das ist Ingwer, das ist Bitterorange und das bedeutet, es ist ein Duft von Sommer, von Sommerabenden. Das Ganze basierend dann auf der Herznote Jasmin. Und dieser blumige Duft kombiniert mit der Basisnote zum Beispiel Bernstein und Patchouli, gibt Ihnen wirklich einen immer, immer großen Auftritt, ohne dass es zu schwer ist. Ohne dass der Duft Sie in Anführungsstrichen erdrückt. Sondern es ist ein Duft, der einem Engelsflügel verleiht. Das ist so, es ist wirklich wie ein wunderschönes Kleid, wie der richtige Mantel, wie die passende Handtasche zu den passenden Schuhen. Das ist eigentlich genau das, wonach die Dame von Welt immer gesucht hat. Denn dieser Duft ist ideal für jeden Anlass. Das ist aber natürlich nicht der einzigste Duft, den wir für Sie haben. Denn jetzt spiele ich den Ball sehr gerne zu meiner Kollegin rüber. Denn wir kommen jetzt zu einem verspielt sinnlichen Duft für die elegante Frau. Und wenn Sie sich jetzt genau den Flakon angucken, das ist eine Frau in einem schönen, wallenden Abendkleid. Und das bringt es wirklich auf den Punkt. Der Flakon besagt eigentlich mehr als tausend Worte. Wenn Sie jemals auf der Suche nach einem Duft waren, der Ihre Erotik, Ihre Weiblichkeit unterstreicht, begleitet und vor allem hervorhebt, dann ist das jetzt genau der richtige Duft für Sie. Ja, wirklich ein Duft, wo der Name und auch der Flakon wirklich wieder Programm ist, True Erotics hier. Der Flakon spiegelt natürlich schön den Duft wieder. Wir haben ja wirklich eine gewisse Süße mit eingearbeitet, auch nicht zu schwer. Das ist natürlich immer wichtig bei den Düften. Wirklich wunderschön für den Abend ein Duft, würde ich sagen. Für den Abend ein Duft, würde ich sagen. Und ich finde es sehr schade, dass gerade dieser schöne Flakon zu sehen war und nicht das sehr eindeutige Lächeln meiner Kollegin. Denn True Erotics ist genau das, was eigentlich hiermit erreicht wird. Das ist wirklich ein Lockstoff für uns Männer. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, wenn wir diesen Duft im Studio vorstellen und Frau Steine ihn zum Beispiel ein, zweimal versprüht und danach wird hier im Studio umgebaut für die nächste Sendung und die Jungs von der Produktvorbereitung kommen hier rein, dann ist überall genau dieses Ah zu hören. Und das ist genau das, was Ihnen dann auch passieren wird. Das ist der ideale Duft, um Ihre Weiblichkeit wie ein schöner Rahmen die Mona Lisa schmückt. Genau so wird dieser Duft Sie schmücken und das Ganze für 5,25 Euro statt 49,90 Euro. NC 49,97 und die 569 ist hier die Bestellnummer und 5,25 Euro ist der Preis, den wir jetzt für Sie im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums von Pearl möglich gemacht haben. Dieser Preis gilt, also diese Preisersparnis von 89 Prozent, die gilt jetzt genau zwei Stunden und da sollten Sie jetzt anrufen. 0,1,8,0, 51,51, dreimal die zwei. Das ist aber natürlich noch lange nicht alles, denn wir gehen jetzt sozusagen mehr in die Richtung für mich. Also nicht für mich als sozusagen genießenden Menschen, der die Düfte der Dame wahrnimmt, sondern wir haben natürlich für Sie jetzt auch noch den passenden Herrenduft. Und dieser Herrenduft ist meiner Meinung nach, was die Duftingenieure da geleistet haben, ein absolutes Meisterwerk. Das ist ein Kunstwerk und es ist vor allem auch ein Eau de Parfum. Black ist der Name und da ist einfach das, was drin ist, genau das Richtige. Hier haben die Duftingenieure die Elemente kombiniert, die einfach wirklich Männlichkeit unterstreichen, Eleganz unterstreichen und trotzdem einen gewissen Restsinn von Sportlichkeit unterstreichen. Und da kann ich Ihnen sagen, sind Sie mit diesem Duft auf der richtigen Seite, egal ob im Büro, im Anzug oder abends oder unterwegs, egal wo Sie sind. Das ist der ideale Begleiter für Sie. Also wirklich ein unglaublich schöner Herrenduft und da dreht sich, glaube ich, jede Frau direkt um. Also wenn ein Mann vorbeiläuft, der diesen Duft trägt, sofort. Weil das wirklich, wie du schon gesagt hast, hat dieses leicht Herbe, aber trotzdem wirkt es sehr, sehr rund und hat dann noch so Nuancen wirklich integriert, die einen wirklich nochmal nachriechen lassen, möchte ich beinahe sagen. Also wirklich ein wunderschöner Duft und schau dir den Flakon an. Also wirklich dieses klassische matte Schwarz hier mit dieser tollen grünen Schrift. Also das spiegelt natürlich den Duft auch so ein bisschen wieder. Also für echte Männer, egal zu welchem Outfit, das ist ein Duft, der wirklich super angenehm ist. Und wir wollen ja jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber hier werden ja, das sehen Sie natürlich nicht, aber Sie erahnen es, immer die Produkte durchgewechselt. Und wir haben einen neuen jungen Mann, der die Produkte hier mit uns durchwechselt und er hat jede Parfumflakon-Einheit mal in die Hand genommen. Und bei diesem Duft haben wir ihn sogar erwischt, wie er sich damit eingesprüht hat. Und dann haben wir ihn gefragt, warum? Und seine Antwort war, das ist mal ein richtig großartiger Männerduft. Und das bringt es auch wirklich auf den Punkt. Man kann auch als Mann diesem Duft nicht widerstehen, man möchte ihn tragen, man möchte ihn sich einfach auftragen. Und man möchte einfach, dass dieser Duft einen begleitet und einfach immer dann sozusagen auch das weibliche Geschlecht überzeugt, dass man der passende Mann von Welt ist. Das ist nichts anderes als ein Lockstoff, kennen wir aus der Natur, haben wir damals schon bei Jimmy gelernt. Gab es den Bienenschwänzeltanz, dann gab es irgendwie Geruchsstoffe, mit denen sozusagen das Männchen das Weibchen lockt oder das Weibchen das Männchen. Und bei Tom Kobani Black mit der Kopfnote Melone, Mandarine und Gurke ist eben genau das der Fall. Denn Melone, das verbinden Sie automatisch mit Sommer, mit Fröhlichkeit, mit schönen Stunden, mit Sonnenuntergängen und vor allem einfach mit angenehmen Stunden. Denn überlegen Sie mal, Mandarine, was verbinden wir mit dem Geruch von Mandarine? Schöne Weihnachtsabende. Und jetzt überlege ich mal, ich kombiniere Sommer und Winter. Und das Ganze liegt dann auf den Herznoten Gerania, also auch wieder ein purer Sommerduft, Salbei. Und jetzt kommt die Basisnote Leder, Hölzer und Moschus. Also genau das, was immer Männerdüfte sind. Immer ist Leder und Moschus. Und das jetzt aber mit diesen blumigen Sommereinheiten kombiniert, müssen Sie sich so vorstellen, als wäre das das Best-of aller Jahreszeiten eben im Parfumflakon. 5,25 Euro, auch hier eine Preisersparnis von 89 Prozent, ist hier für Sie möglich gemacht worden. Aber dieser Duft, der jetzt bei Kati in der Hand steht, dieser Flakon, der hat auch ganz, ganz viele Fans. Denn uns haben ganz viele Mails erreicht, wo uns Damen geschrieben haben, äh, ja, ich hab den bei einem Bekannten gerochen. Den hätte ich auch gerne mal. Das ist eben genau dieser Duft. Den würde ich meinem Mann gerne bestellen. Und das haben Sie jetzt. Jetzt haben Sie die Chance, für 5,25 Euro Tom Kobani Sport zu bestellen. Ode Toilette, 100 Milliliter. Und das ist wirklich der Knaller. Ein wirklich toller Duft für den Alltag, finde ich auch. Also den kann man immer wieder aufsprühen, da es wirklich ein Ode Toilette ist. Hier auch die große Flasche, 100 Milliliter. Da kann man immer wieder zwischendurch auffrischen. Und das ist wirklich ein Duft, der halt auch nicht schwer wirkt. Der halt wirklich für den Sommer perfekt geeignet ist, finde ich. Wirklich mit dieser Frische, die da drin ist und trotzdem diese Männlichkeit irgendwo, die da auch mit drin steckt. Also wirklich ein wunderschöner Duft für den Alltag. Das ist ein bisschen wie der Himmel über einem Segelboot oder über den Schweizer Alpen. Oder eben die Brise, die dich erreicht, wenn du an einem wirklich schönen Strand spazieren gehst. Das sind genau diese Düfte. Das ist förmlich, ja, unendliche Weite, Sommer, Klarheit, Frische und das Ganze als Ode Toilette. Und 5,25 Euro, eine Preisersparnis von 74 Prozent. Die ist jetzt für Sie möglich gemacht worden. Und da sehen Sie es, Top-Kundenauszeichnung. Fünf Sternchen. Und diese fünf Sterne, ja, die sind es auch wirklich. Da müsste eigentlich noch ein Sechster sein. Denn das ist ein Duft, wo Sie sagen, den werden Sie nie wieder durch einen anderen Duft ersetzen wollen. Denn diese Bandbreite an Kopfnote, Herznote und Basisnote, das, was hier kombiniert wurde, das ist unaufdringlich, das ist sportlich, das ist trotzdem elegant. Das ist die große, weite Welt, aber eben jetzt für einen ganz, ganz kleinen Preis. Denn 5,25 Euro ist jetzt der Preis. Und genau zwei Stunden haben Sie Zeit. 0,1, 8, 0, 51, 51, dreimal die 2. Soll ich dir was sagen, das ist so ein Duft, da möchte man gerne von dem Herrn, der den trägt, dann wirklich so das T-Shirt mitnehmen oder das Hemd. Weißt du, um das immer wieder zu riechen. Kennst du das? Du meinst, so wie früher, wo man gesagt hat, wenn man sich mal eine Woche nicht sieht, Schatz, so mache ich übrigens immer noch. Das solltest du nicht erzählen. Ja, aber ich finde, das ist auch so ein Duft, den riecht man so gerne und man gewöhnt sich, glaube ich, auch so daran, dass er wirklich dann so die Assoziation zu der Person herstellt, dass man sagt, doch Schatz, sprühe doch nochmal über dein T-Shirt und ich nehme das dann mit, wenn wir uns mal zwei Tage nicht sehen und du auf Geschäftsreise bist. Kopfnote, Zitrone und Ingwer, Herznote, Lavendel, Zypresse und Geranie. Geranie ist eben dieser Duft, wenn die Geranien auf den Balkonen in ihrer Nachbarschaft anfangen zu blühen, dann wissen Sie, es ist Sommer. Das kombiniert mit Lavendel, das ist einfach wunderschön und das Ganze basiert auf der Basisnote Bernstein. Das bedeutet, hier ist das Schönste vom Schönen kombiniert und da können Sie sicher sein, dass Sie immer mit einem, ich sag mal so, der Damenwelt rechnen können, denn das ist ein Duft, der macht einfach wirklich allen helle Freude. Zumal 5,25 Euro jetzt ein Preis ist, wo Sie hundertprozentig zugreifen sollten. NC 4871 und die 569 ist hier die Bestellnummer, aber das ist noch lange nicht alles. Denn wir wollen nicht nur, dass Sie gut riechen, sondern wir wollen auch, dass Ihr Zuhause gut riecht und das Ganze als Geschenk. Und dieses Geschenk hat meine Kollegin jetzt für Sie in den Händen. Ein tolles Raumduft-Starter-Set möchten wir Ihnen gerne schenken. Also Sie sehen hier die 8 Düfte zum Probieren. Wir haben hier alles dabei von Meeresbrise über Bambus, über, was haben wir noch, Sandelholz. Also wirklich, was Sie gerne mal ausprobieren möchten. Einfach in den tollen mitgelieferten Glasbehälter einfüllen, welche von diesen tollen Ratternstäbchen reinstecken. Und schon duftet Ihr Zuhause wunderschön. Ja, wunderschön. Denn da ist auch der passende Duft für Ihren Sommerurlaub zu Hause dabei. Denn Bambus ist genau das. Es riecht nach Sommerurlaub. Und wenn der Sommer dann langsam vorbei ist, der Herbst auch schon vorbei ist, dann werden Sie garantiert ein Fläschchen aus diesem Geschenk benutzen wollen, nämlich Apfelzimt. Und wer einmal an diesem Duft gerochen hat, der weiß, das ist Weihnachten in der Flasche. Ganz einfach anzuwenden und nachzufüllen. Und vor allem ist es jetzt unser Geschenk an Sie. Egal, ob Sie jetzt sagen, ja, ich hätte gern eins von diesen schönen Parfums, eins von dem Eau de Toilette. Und wenn Sie sagen, nee, ich möchte nur das Geschenk, auch das geht natürlich, dann kommt auch das zu Ihnen in maximal 48 Stunden. Also zwei Werktage brauchen wir, dann ist das bei Ihnen. Dieses Geschenk basiert einfach darauf, wir möchten uns bedanken, dass Sie unser Kunde sind. Denn ohne Sie würden wir jetzt hier nicht sitzen. Die Parfums für 5,25 Euro sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Und dieses Geschenk erst recht nicht, denn damit machen Sie Ihr Zuhause zu einer absoluten Wohlfühloase. Und das Ganze für umsonst als Geschenk. 0180 51 51 3 mal die 2 ist die Nummer des Callcenters. Und jetzt rufen Sie an und gönnen Sie sich einfach mal was, denn das haben Sie sich verdient. Und jetzt rufen Sie an und gönnen Sie sich einfach mal was, denn das ist die Nummer des Callcenters.